Da! Pfff, du Motherfucker, du kleiner Motherfucker Kam einer zu dir hoch? Ja, komm her Fuck Ich brauch, ich brauch sleep dat, fire dat, shit Ich muss irgendwas herstellen, was weh tut Blow dat, blow dat Lauf einfach, ich kann momentan, ich brauch Papyrus und rot, hatten wir rote, rote Federn? Ich hab eine bei mir Ah, warum hast du die bei dir? Weiß ich nicht Ah, ich wollte die weg tun, dafür hab ich auch den großen Kühlschrank gemacht Nein, da schaffst du nicht Geht rein Okay Oh nein, ich muss ein Essen kommen Oder irgendwie ein Leben Aua, aua, aua Ich hab kein Essen bei mir Das Problem Ich muss aufpassen, sonst bin ich gleich tot Ahahahahaha, Centus Aua Ich hab nur 30 Leben, wie viel hast du noch? Essen, essen, essen Wow Warte mal Dich kann ich jetzt essen, mein Freund Ach shit, hier Hey Friss den Scheiß, friss den Scheiß, friss den Scheiß, friss den Scheiß Weg Oh nein Wow, es wird dunkel, scheiße Jetzt müssen sie platt gehen Jetzt müssen sie platt gehen Jetzt müssen sie tot gehen Die müssen jetzt sterben Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm Was machst du da? Wer konnte mich nicht angreifen, wo ich dazwischen stand Irgendeiner muss Feuer machen, irgendeiner muss Feuer machen Aua, 12 Leben nur noch Hm, ich schätze, da ist mein Schwert Waren das alle? Ich glaub schon Ich wollte das grad aussammeln Hier, ich hab schon 3 Stück gehabt Alter Mach da irgendwas rein, ich hab nix mehr, ich hab nix mehr Ich hab nur noch einen Stick hier Ich hab nur noch 12 Leben, ne? Das reicht Ja, das kann ich auch noch da reinschmeißen Das war so ne kack Blume, die ich aufgesammelt hab Ja, schön Oh mein Gott, wie kann man nochmal Leben herstellen? Ach, in der Hütte Ich glaube in der Hütte Ah, ich kann jetzt noch nicht schlafen, scheiß Ich wollte erstmal Blumen Ich will mehr leben Ah Ah, ich hab, irgendwo hat der noch Schmetterling getötet Und wir haben grad davon gesprochen Ja, ja So, jetzt, jetzt, jetzt muss das losgehen, dass wir dieses Ding bauen Ich muss jetzt überall dran An allen Kühlschränken Da wollte ich grad dran, du Arsch Ich muss jetzt an allen Kühlschränken, wo es geht Äh, die 4 Kaninchen Ich brauch die Feder Ich brauch, äh Wie ich dich falsch gedrückt habe und das von meinem Bild komplett rumgedreht hab Ich Idiot Ey, du Arsch, ich bin kein Idiot Ähm Was ist außerdem passiert? Ich brauch vier Holzbretter Boah, das war knapp Ein Holzbrett hab ich schon mal Holzkohle Ich muss an den dran Frosch Sandwich Ja, ich weiß nicht, was du findest Ich hab das einfach gemacht Weißt du, scheißegal Das war wieder so asozial knapp, ne? Zwei Ähm Ich brauch, shit Ich brauch nur einen Komm, gib mir so ein Kackding Vier Klingt eigentlich, wenn ich ein Schmetterling heiße Oh Herz So, jetzt kommt diese Maschine hier hin Und zwar Die würde ich Hier oben auch stellen Weil ich weiß nicht, was dieses Magiezeug macht Okay So, steht Gerade, dass es kein Mod gibt, wo Blumen nachwachsen, von alleine Mhm Oder wo du zumindest Blumensamen kriegen kannst Ja Shadow Manipulator Jetzt weiß ich nicht, ob es clever war, das Ding hier aufzustellen Aber ich glaub, das kann man noch nicht abreißen, ne? Weiß ich nicht Bauen? Der Totem ist ein Gem Bauen könnte ich das sogar noch Ein violetter Gem, okay Aber ich stell hier oben auch noch ne Science Maschinen und so'n Scheiß auf Ja, mach mach Weil ich weiß nicht, wie viel Platz das, oder was man da alles noch benötigt für Erstmal die Toten, die Schmetterlinge, die hier rumliegen essen Ja Hat ich vorher auch gemacht Das machen wir mal eben Das brauchen wir mal eben So Und stell ich eine schon mal Ah, f*** die Scheiße runter Und vorher so Ja, die müssten auch gleich irgendwann kommen Babababam Da sind sie Wurde ich doch ne Wurde ich doch ne Was ist die Spinnetze jetzt eigentlich? Die hab ich alle im Inventar Alle? Na sicher Kann ich mal zwei haben? Für was? Netz? Ja Ja, wollte ich gleich auch machen Wie denn sonst? So Ich wollte eigentlich das machbar sein schon One Band Wo ist jetzt die Scheiß Amulett Das muss ja auch irgendwo sein Ja, das ist ne Angel Das ist ne Angel Und einen Und einen roten Gym Jetzt ne Hörst du So, das kriegst du nämlich gleich Weil du ja der Oberleggy bist Hm, f*** nicht Ja, legge ich oder legst du immer? Leck doch gar nicht mehr Oh, scheiße, jetzt hab ich das falsche Ding gebaut Idiot Voll Idiot Jetzt hab ich die Nightlight gebaut Voll Idiot Sag ja Voll Idiot Zum Kotzen Waffe, Waffe, Waffe Feuer Dart Den packe ich mal hier rein Das ist ein Feuerfall drin Okay Survival Fishing Netz Ich will kein Fischernetz Ich will ein Fangnetz bauen Ich auch Ne, ich glaub wir brauchen noch ein zweites Fangnetz Wir kommen so viel nicht mit aus Aber noch eins Sicher ist sicher Oh mein f***ing Gott Was mein's? Mörder Nee So Das ist weg Das ist weg Wieso, mein f***ing Gott Ey, diese Scheiße, ne? Gerade mit den Hunden Ja Ich war richtig zum Kotzen Reicht, ja Aber noch haben wir warm genug, also dauert das noch ein bisschen Ja, jetzt haben wir zehn Tage, glaub ich, wieder Ruhe Du musst dir denken, unser Essen ist fast ganz weg Äh, alles ist fast weg Äh, alles ist fast weg Wir haben so viel verbraucht gerade Ja, nicht wirklich, ich hab ja Monsterfleisch hergefuttert, ne? Ja, du kannst Monsterfleisch fressen, du Witzbold Ah, ich weiß Das ist doch gut, dass du das nur frisst Dann kann ich mich schön an dem normalen Essen bedienen hier Ja, ich muss aber jetzt erstmal gleich die Nacht pennen Was kostet das erstmal gleich Essen? Hier ist noch 16 Monsterfleisch drinnen, ne? Ja Ja, das soll... Ja, bevor du irgendwie was anderes zu essen rausnimmst oder so, dann nimm erst das Ja Dings, nice Ja, weil du bestimmt... wo sind... da oben sind die Froschschenkel-Sandwiche Ach... Die hab ich jetzt mal reingetan, lass mal da drinnen noch Mhm Ich brauche... wir brauchen Holz Alter Schwede Holz, Stein, Speere Wir brauchen so viel Scheißzeug jetzt Blumen essen! Wo gehst denn? Hm? Wo gehst denn? Ich hab gesagt Blumen essen Ja, wo gehst denn? Bienen sammeln oder was? Nö, hier rumrennen gerade So Und zwischendurch noch Schmetterlinge Nein! Und was denn? Wir haben den riesen Baum Ja Ich bring dir ein Geschenk mit Autsch Boah Hohohoho Wie viel hat der abgezogen? Ja Ordentlich Warte mal, warte mal Hast du ne Fackel mit? Ja, es bringt nichts Ich hab ihn grad da mitgehauen Nene, weißt du was ich... ich mach... ich hab nen Feuerdart Den Wichser zünde ich jetzt an Läuft der hinter dir her? Ja Okay Muss aber aufpassen, sonst bin ich tot Naja, lauf einfach weiter Einfach weiterlaufen Ich hab was für den Affen Brenn da mal durch Er brennt Er brennt Er brennt Er brennt Aber er macht gut Licht, ne? Mhm Aber er fackelt auch alles andere an Oh, hier kann man wenigstens die Asche einsammeln Hallo Aber dadurch brennt er dann immer weiter Na du fackelt das alles an Nein Das andere fackelt ja alles an Willst du ihn nicht attackieren? Ja, genau wenn's brennt Ich hab nur noch 23 Leben Ja und ich hab 36 Jetzt hab ich 44 Oh, hast du schon wieder mehr Leben bekommen Weil ich grad nen Schmetterling gegessen hab Achso, ja, die bringen 8 Ja, lassen wir ihn durch weiterlaufen Den Affen Lassen wir ihn durch weiterlaufen Drei